So, wir gehen zum Christkindeswein hier in Alanya und er hat einen wunderschönen Zipfel mitzählt. Ist der da unten auch so? Ja, der wackelt lasse rum. Wir sind jetzt hier. Ich gönne mir heute einen Glühwein. Der wackelt lasse rum. Ist für alles ausgeschlommen. Bei dem Maselauflauf. Hier sind da ganz so viele Leute heute. Glühwein. Ja, Glühwein. Wenn du einen Stand siehst, gehen wir gleich hin. Jawoll. Oh, Stand siehst. Das war Fränkisch. Wenn es einen Stand siehst. So. Und Rolf, warst du schon mal in Alanya? Christkindesmarkt. Ich war auch noch auf dem Christkindesmarkt. Ich war auch noch nicht hier. Das ist schön, dass wir alle jetzt gemeinsam herkommen. Letztes Jahr im Dezember war ich hier, aber nicht auf dem Christkindesmarkt. Sehr gut. Also mal ein Grund. Naja, geht doch. Ist doch nicht mal so klein. Vor allem die Aussicht. Das Wetter ist da. Ja, also. Bin gespannt, was denn gibt. Da kommt Weihnachtsstimmung auf. Wo fang man an? Fangen wir hier an? Da kommt Weihnachtsstimmung auf. Und der Pallwennig. Die haben Lebkuchen. Schau mal, Lebkuchen. Das erinnert sich an Nürnberg. Ja, Nürnberg. Das ist schon ein Nürnberg. Ah, trocken Sachen. Trocken Zeug. Der Pallwennig. Der Pallwennig. Der Pallwennig. Der Pallwennig. Hier, Alice, Lippen. Stimmt, da, Lippen. Wir können ja ein paar Mal rumlaufen, oder? Durchlaufen. Stimmt, Lippen. Hier, noch ein Michel, guck mal. Hier, Michel, von vorwärts da. Yes. Ein Stollen, ein Stollen. Das machen wir hier nicht. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön, sehr schön. Ich bin ja auch ein Mann. Oh, da geht es auch noch weiter. Mein Gott, ist ja riesig. Egal, Hauptsache lieb und nett und süß und sexy und knackig. Schaut euch mal das an. Geil. Wo ist jetzt die Horde? Die Horde? Wo ist denn die Horde? Ich mach mit dir meine Story. Das wird grösser als ich dachte. Ja, also da unten geht es noch weiter. Das ist ja riesengroß. Sehr gut. Okay, soviel mal von uns. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.